Hallo zusammen, herzlich willkommen zum neuesten Let's Play von Sitzungen mit EVE Online. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe hier beim letzten Mal alles irgendwie so liegen lassen, wie ich es auch aufgenommen habe. Das heißt, es sieht hier ziemlich unordentlich aus. Ich würde mal eben schnell hier meine Fenster ordnen. Das mache ich mal zu und das mache ich auch zu. Denn grundsätzlich habe ich einen Skill gelernt, den, ich glaube es war der Galente Industrial. Wir gucken mal ganz schnell, ob ich recht habe. Ich habe erst einen Industrial. Ja genau, Galente, weil die Galente geben mir die Möglichkeit, die Epital zu fliegen. Und die Epital ist wichtig für das, was wir heute machen wollen. Und damit es nicht so einfach ist, würde ich sagen, ich sage es euch nicht. Sondern wir gucken mal gemeinsam rein. Epital hier. Die Epital hat nämlich eine besondere Eigenschaft. Und zwar hat sie einen 10% Bonus auf die Kapazität des Frachtraums für planetare Waren. Und genau das ist das, was wir heute machen wollen. Wir wollen planetare Waren in Anführungsstrichen erzeugen, abbauen, Schrägstrich und so weiter. Aber nur in der einfachsten Stufe. Vielleicht kommt später noch ein bisschen was Fortgeschrittenes. Heute geht es erstmal darum, grundsätzlich zu zeigen, wie es funktioniert. Und wie immer ist meine Erfahrung aus diesem Bereich Jahre alt. Was heißt, ich habe keine Ahnung. Geht einfach mal davon aus. Und wir werden uns hier gemeinsam durch diesen Dschungel kämpfen. Außerdem hat sie ein bisschen Reduktion auf diese Sprungerschöpfung. Das ist für uns jetzt nicht so spannend. Wir haben nicht vor, zu jumpen im Sinne, dass wir irgendwo in eine, ja, platzierte Beacons gehen, um da durch die Systeme zu springen. Sondern wir nehmen ganz normale Gates. Und wir suchen uns auch einfach nur ein ruhiges High-Sex-System. Wo wir davon ausgehen, da ist nicht so viel los. Und da gibt es trotzdem schöne Planeten. Gut, zuallerallererst, wenn wir das Thema planetare Waren oder planetare Interaktion, wie es im Eingedeutschen heißt. Wenn wir das machen wollen, dann brauchen wir zuallererst ein Command Center. Und das ist meines Wissens auch das einzige Produkt, in Anführungsstrichen, was wir mitnehmen müssen. Deswegen würde ich sagen, achso, ich gucke mal ganz schnell, wie viel Cargo hat denn 550 Kubikmeter. Cargo hat die Epital. Und was kostet ein Command, äh, wie groß ist ein Command Center? Zum Beispiel Baron, das ist ein sehr verbreiteter Planetentyp, den können wir ruhig nehmen. 500 Kubikmeter, das ist ja ein Zufall. Das ist ja quasi wie geschmiert. Dann nehmen wir den doch, kostet 100.000 ISK, ist also gar nicht teuer. Und ist nebenbei bemerkt eine ziemlich geile Möglichkeit, um passiv ISK zu verdienen. Also falls euch davon noch keiner was erzählt hat oder jemand sagt, das lohnt sich nicht. Eigentlich Quark, lohnt sich sehr wohl. Man muss nur ein bisschen gucken, dass man in einem guten Sicherheitsstatus seine planetare Interaktion betreibt. Dann ist es nämlich auch kein Problem. So, wie benennen wir das Schiff? Wir nennen das Schiff, ähm... Wie nennen wir das Schiff? Fracht. Frachtnuckelpinne. Das finde ich ist ein schöner Name für so ein Schiff. So soll es heißen. Und setzen uns gleich mal hier rein. Und packen unser Command Center Upgrade hier rein. Barbaron Command Center, ich will mal Update sagen. Komm mal, also, weil... What? Okay, dann heißt es wohl, dass ich hier jetzt erstmal noch so ein paar Expanded Cargo Holes brauche, weil irgendwie, habe ich mich wahrscheinlich mal verlesen, ähm... Ja, was für ein Quatsch. 1000 Kubikmeter ist das Ding groß. Ähm... Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal aufs Fitting. Wir haben hier vier Low Slots, äh... Vier Metslots und ein bisschen Rigs. Und ich würde sagen, wir müssen zuerst mal die Low Slots aufpusten mit, ähm... Expanded Cargo Holes. Äh... Ja. Ich vermute, dass wir vielleicht, wenn wir Glück haben, gerade so die Eins verwenden können. Ja. Aber wahrscheinlich die Zwei noch nicht. Doch. Okay, dann nehmen wir vielleicht sogar gleich die Zwei. Die ist natürlich ein bisschen teurer, aber ich habe, muss ich gestehen, mein, äh... Konto ein bisschen aufgefrischt, weil ich gemerkt habe, okay, hier schnell ein paar Sachen zeigen. Geht nicht ohne Geld. So. Ähm... Ich würde mal... Ich gucke mal in die Statistik. Was macht denn die Zwei? Die Zwei... Äh... Erhöht den Frachtraumbonus... Ach so, 27%. Das heißt, danach haben wir noch lange keine 1000. Ähm... Hat natürlich ein paar Nachteile auch, aber sonst... Was das nicht interessiert, wir fliegen durch den Highsack mit dem Command Center im Bauch. Das wäre ein starkes Stück. Also nehmen mal zwei. Ähm... Und ballern die aufs Schiff. Wo ist es hier? Inaktives Schiff einbauen. Inaktives Schiff einbauen. Jetzt gucken wir uns hier mal den... Ähm... Cargo Hold an. Oder eigentlich sitzen wir ja drin. Ja, aber ich noch nicht ganz. Okay, dann müssen wir leider noch einen kaufen. Ich meine, das ist nicht schön. Man macht das eigentlich nicht, dieses Modul Stacking. Äh... Das hat halt Nachteile. Äh... Wird der Bonus nicht jedes Mal in voller Höhe gegeben. Normalerweise, weil da so Stacking Penalties, wobei das hier in dem Fall, glaube ich, nicht der Fall ist. Aber die Nachteile ziehen natürlich auch voll, ne. Also in dem Moment heißt es, wir kriegen, ähm, äh, ziemlich einen Abzug der Struktur-Hitpoints. Und wir werden auch mal eben schnell um, äh, ja, gut 60%, 70% ausgebremst, weil ja die minus 80% immer wieder abgezogen werden. Und wir damit, ähm, ja, sehr, sehr viel Geschwindigkeit verlieren. Ähm... Aber so soll es sein. Wir müssen ja unser Baron Command Center bewegen. So, jetzt können wir. Ähm... Weil wir natürlich unglaublich clever sind, würde ich sagen. Ich meine, es ist ein unausgewogenes Fit, ich weiß es, aber... Ähm... Ihr werdet mir das vielleicht nachsehen. Ähm... Tun wir was, um unsere Geschwindigkeit hier ein bisschen zu hören. Obwohl, ich glaube, Inertia-Stabilizer sind eher für die Agilität. Ich guck mal schnell. Äh... Trägheitsmodifikator. Hm, ja, mir ging es eigentlich mehr um die Geschwindigkeit. Gucken wir mal gemeinsam hier in das Einkaufsmenü. Natürlich. Schiffsausrüstung. Ähm... Ach so, vielleicht können wir mal die Inertia-Stabilizer. So schlecht waren die, glaube ich, nicht einfach vom Thema her. Ähm, einfach mal aufgeklappt lassen. Wo sind sie? Da sind sie. Und schließen lassen. Dann müsste tierisch das Menü rauflassen. Ja, das hat ja super geklappt. Hm, also früher konnte man... Oh, Multibuy ist da. Super. Früher konnte man auch einfach das so finden. Aber das machen wir jetzt nicht. So Module... Ähm, mh, ja, Turbolader, oh Gott, deutsch, das ist so geil, Overdrive Injector System, das sieht nicht schlecht aus, heh, 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 kann man aber nicht nehmen, okay, nee, dann geht das natürlich nicht, ähm, nee, okay, der würde mir jetzt den Frachtraum wieder wegnehmen, das bringt mir also 0, gar nix, ist das hier auch so hoch, 15%, aber ist auch viel zu viel, da hätte ich keinen Platz mehr für meinen Baron Command Center, hm, so können wir das nicht machen, so können wir das nicht machen, äh, dann würde ich sagen, wir machen folgendes, wir gehen jetzt erstmal hier, äh, auf den Micro Warp Drive, weiß ich gar nicht genau, ich nehme an, ein Medium, äh, das sieht man bestimmt, das sieht man bestimmt hier in der Schiffsinfo, ja, das stimmt, die sollten wir unbedingt noch versichern, also bitte mit dran denken, versichern, so, ähm, Ausrüstung, äh, Mittelgroß, also Medium, das müssten dann diese 50 MN sein, ähm, und weil wir absolut anspruchslos sind, nehmen wir hier einfach den Tag 1, ja, aber okay, nee, wir gucken mal, ähm, 50 MN, nee, wir gucken nicht, wir nehmen einfach, das dauert jetzt nicht so lange, wir sind eigentlich schon wieder viel länger hier beschäftigt mit Schiff zusammenbauen, das ist immer das gleiche, ihr merkt es schon, ähm, genau, haben wir den Micro Warp Drive, jetzt würde ich mal ganz kurz gucken, wie hier unsere Verteidigung aussieht, wir haben Schild, äh, relativ gute Schildresistenzen und dann noch ein bisschen Armor, also kann man scheinbar beides tun, hat die Boni auf einen bestimmten Tanktyp, ist halt galente, ich glaube, die sind recht durchmischt, nee, hatte sie nicht, Hm, wie ist es denn mit den absoluten Werten, Panzerung, Schild, also eigentlich ist der Armor stärker, ja, dann lohnt es sich wahrscheinlich auch den Armor zu verstärken, gut, dann gehen wir hier mal auf, ähm, ähm, Explosiv und die anderen beiden, hier, ähm, Thermal und, äh, Kinetik, dass wir die dreimal stärken, der EM ist eigentlich schon relativ gut im Vergleich, äh, machen wir das schnell, so, das heißt, Rumpf und Panzerung, Panzerungshärter, ist besser, glaube ich, ähm, Reparatursysteme, da streikt wahrscheinlich unser, genau, hier hatten wir dann den Armor Exploselfaden, da können wir den verwenden, können wir den verwenden, ähm, äh, Voraussetzungen, ja, keinmal, gut, super, äh, dann nehmen wir den noch mit, also, ich weiß, viele werden sich jetzt von dem Bildschirm mit die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber das ist halt, um Gottes Willen, was ist das denn, ähm, ist aber der günstigste Preis, ich glaube, das ist Quatsch, oder, ähm, Arme Explosiv hat nur eins, ach, machst du das jetzt wieder zu, Arme Explosiv, nee, was hatte ich jetzt gekauft, Arme Explosiv, äh, na gut, also, sei es, sei es, wie es sei, ich bin erstmal gut, wir bauen den erstmal ein, irgendwie habe ich mich hier, hä, können Sie daraus eine Frage formulieren, was, ich habe hier schon Hardener, ähm, wahrscheinlich habe ich ihn mal, äh, zu einem anderen Zeitpunkt gekauft, ist aber natürlich super Sache, es gibt keine freien Slots, was in Wieden, ach, das sind, ah, shit, das sind keine, ah, die Schildmodule sind ja Med-Slots, die Armor sind ja Low-Slots, hm, okay, nee, hat sich das Thema schon erledigt eigentlich, äh, da können wir natürlich jetzt noch einen Webber oder sowas draufbauen, aber ansonsten fällt mir für Med-Slots jetzt auch nicht so richtig ein, oder halt Schildmodule, ich glaube, ich mache mal Schildhärter mit rein, weil ich habe einfach auch keinen Platz mehr, ähm, Panzer, 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 Schilde, meine Güte, Härter, ähm, Explosiv, Kinetik, Thermal, so, Thermic Dissipation, Boing, so, ähm, Kinetik, Deflection, Boing, komm schon, so, Explosionsdeflection, na komm, so, jetzt haben wir die drei, dann bauen wir die ein, ähm, inaktives Schiff, Tactic-Shield-Manipulation wäre nicht schlecht, hm, dann ist die Frage, Tactic-Shield, welche 180 Milliarden Voraussetzungs-Skills ich dafür jetzt wieder brauche, äh, ich gucke mal schnell rein, gar keine, na dann, na, wenn das so ist, dann nehmen wir das nicht mit, äh, kann man immer mal gebrauchen, so, dann ballern wir das mal hier in unsere, äh, Skill-Cue, und skillen das gleich mal, ähm, ich glaube, die 1 war eine Voraussetzung, ne, ich sollte einfach vorher gucken, was das für eine Voraussetzung gibt, ja, 1, ähm, dann, ziehen wir es wenigstens mal auf 1, damit wir es benutzen können, so viel Taktik durften wir noch nicht können, ja, richtig, 1, skill auf 0, so, hier sind eh gerade nur Platzhalter drin, dann gehen wir gleich mal hier, ja, gehen wir auf 3, das muss eigentlich reichen, das heißt, dass wir in 40 Minuten dann theoretisch unsere, ähm, Schild-Dinger da anschalten können, ähm, High-Slots, keine Ahnung, nee, ich glaube nicht, also zumindest nicht für Planetary Interaction, und Rix-Slots habe ich jetzt auch gerade keinen Nerv, gut, ähm, dann machen wir es so, wir fliegen mal kurz raus aus Chita, da ist es vielleicht nicht so belebt in einem System, zum Beispiel nach, scroll, 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 ähm, Anaru, Anaru hat mit Sicherheit auch eine ganze Menge Planeten, und da sind mit Sicherheit auch, ähm, Attestation, echt, ist ja der Hammer, ähm, was machen wir hier noch, okay, also wir wählen mal die Systeminfo aus, und sehen dann hier Orbitalkörper, und sehen, dass wir hier zwei Bärenplaneten zum Beispiel drauf haben, und ich finde, das ist, äh, Voraussetzung genug, damit wir da immer hinfliegen und ein bisschen Pi machen, so, ja, das war klug, die eine Karte öffnen, die andere auch öffnen, so, und dann würde ich sagen, sind wir abflugbereit, wir haben den, Bären Command Center im, ja, haben wir, gut, okay, dann machen wir uns mal auf den Weg, äh, ist offline, ja, ich weiß, kommt noch, kommt Zeit, kommen Skills, so, abdocken bestätigt, und da sind wir auch schon wieder, oh, hier fliegt aber mal eben schnell eine, ich glaube, es ist doch eine Tornado oder so, vorbei, Fluffy 648, Verbrecher sind hier nicht willkommen, ähm, ich bin gerade noch, äh, anderweitig im Internet aktiv mit einem Upload, ähm, deswegen kann sich das hier ein bisschen ziehen, so, bevor wir hier lange rumreden, würde ich sagen, wir gehen mal aus dem Hexenkessel hier raus, und fliegen Richtung Nouveau-Lyland, nicht, dass hier nur einer auf die Idee kommt, ich wäre hier so ein Juicy-Target, ich habe doch nur ein Bären Command Center im Gepäck, so, das können wir uns ja unterwegs mal angucken, also wir haben hier, Planetentyp Einschränkung ist klar, ne, Planet Baron, ähm, 1000 Kubikmeter Volumen, der hat den Wortmantrieb schon aktiv, oder? Oh mein Gott, Industrials sind echt der Hammer, also hier sieht man jetzt quasi auch mal den Unterschied zwischen unseren kleinen Frigates und, äh, so einem Industrial, so einem Industrie-Schiff, das ist schon nicht ganz ohne, so, und ganz interessant sind hier auch die Stromnetzleistung und die CPU-Leistung, das ist nämlich in dem Fall jetzt von diesem Bären Command Center die Fähigkeit, ähm, Leitungen und Gebäude zu versorgen mit, ähm, Ressourcen, also einmal mit Strom und dann mit CPU, das bedeutet, je höher diese Werte sind, desto mehr Gebäude kann ich bauen, desto höher ist mein Ertrag auch und desto länger können auch die Leitungen sein, dann bin ich halt, ähm, in der Lage auch ein bisschen den Feldern zu folgen, weil beim Abbau von Planetenressourcen, da wandern auch die Ressourcenfelder immer mal ein bisschen hin und her, äh, sodass ich ab und zu mal umsetzen muss und das kann dann irgendwann dazu führen, ähm, dass die Sachen, die ich einmalig gesetzt habe, wenn ich sie nicht bewege, dass die kaum noch was abbauen. Ich gehe eh davon aus, dass hier im Isaac, gerade in Chita rum, alle möglichen Planeten abgegrast sind, deswegen werden wir hier sowieso kein Super-Mega-System finden, aber wir können zumindest mal gucken, ähm, wie es grundsätzlich funktioniert und ihr fliegt dann einfach ins Low-Sack und Null-Sack, um es dann dort auszuprobieren, da ist es nämlich am Lohnenswerten. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, ähm, würde ich erstmal meiner Epital beim Warpen zugucken und euch auf das nächste Mal vertrösten, denn diese Session ist zu Ende. Das heißt, ich bedanke mich dafür, dass ihr heute zugeschaut habt und freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Sitzung, spielt tief online im Let's Play. Bis dahin, alles Gute und ciao!